Yo Leute, Monkeys back. Ich bin der Zumwoll von den Gaming Monkeys und ja, heute spielen wir mal ne Runde Clash Royale. Und ja, ich bin Arena3, wie es manche Leute von meinem Kanal auch schon wissen sollten, da mach ich ja ein Projekt Road to Hero. Und würde ich euch, wenn's euch gefällt, einfach mal drauf hinweisen. Soll jetzt keine Eigenwerbung oder so sein, dieser Kanal hier hat natürlich Vorrang für euch. Also für die Stammzuschauer hier. Und ja, ich muss sagen, hier am epischen Sonntag geht's grad ab im Shop, aber ich kann mir leider nichts leisten, weil ich arm bin. Das ist grad so mein Standarddeck, mit dem ich am meisten spiele. Ich hab hier noch eins mit Grab und Barbarenhütte. Das sind alles eigentlich abgewandelte Versionen, das ist eigentlich mein Bestes. Ich weiß, ich bin nicht gut in dem Spiel, ich hab auch noch keinen Clan. Könnt ihr mal welche in die Kommentare schreiben, wenn ihr einen eigenen habt. Ich komm eigentlich überall rein, ich kann auch ein Community-Cardell öffnen. Würde sich wahrscheinlich aber eher nicht lohnen. Turniere kann ich noch gar nicht nehmen. Und schauen wir mal durch, was hier erstmal so ansteht. Gehen wir mal auf unsere Arena, Barbaren Oval. Eigentlich alles so dieselben Truppen, noch diese Anfangstruppen. Ich würd sagen, wir machen einfach mal einen Kampf, Leute. Wünschen mir erstmal viel Glück, das muss man einfach echt machen. Das ist, keine Ahnung warum, es gehört sich einfach so. Äh, wie fangen wir denn am besten an? Wir warten jetzt erstmal. Schreibt er, wow. Ja, das war zu befürchten. Wir hätten echt warten müssen. Shit happens. Passiert alles mal, muss man sagen. So, jetzt müssen wir noch... Och, komm schon. Typi, dein Ernst? Ha, mit dem kann man auf jeden Fall gut schreiben. Hm, was machen wir denn jetzt am besten, Alter? Ich glaub, er wird jetzt weiter auf diesen Turm hier gehen. Glaube ich zumindest. Oder er wartet wieder, was ich mache. Ich glaub, ich warte jetzt auch erstmal, bis er irgendwas macht. Machen wir jetzt erstmal so. Scheiße, was machen wir jetzt? Da war ich zu fixiert auf irgendeine Krone, Alter. Egal, das kriegen wir hin. So, jetzt, wie machen wir's am besten? Hm, okay, die geht da hin, so. So, wir warten mal wieder, bis die was setzt. Digga, als ob. Was war das denn jetzt grad für ein Scheiß? Der kann gut kontern, der Typ. Der spielt das auf jeden Fall schon länger, würde ich sagen. Oder ich bin einfach grad zu inkompetent, irgendeinen guten Spielzug hier zu machen, Alter. Alter, nee, der hat auch schon... Komm, ist gut. Prinz hinterher. Lakaim. Ach, komm, schon ist so viel verlangt. Ich glaub schon, dass es so viel verlangt ist. Scheiße, Alter. Warum hat der jetzt auf einmal so viel? So, dann machen wir erst... Als ob der zwei Babys Drachen hat, Alter. Was ist denn los, Alter? Schade. Gutes Spiel. War sehr spannend, muss ich sagen. Ich war einfach nur zu inkompetent, richtig zu verteidigen, Alter. Das ist einfach viel zu spät. Und ich denke mir einfach so... Ja, du hast Zeit. Nimm doch einfach mal ein Video auf. Und ich hab gesucht, bis ich endlich so einen Screen Recorder gefunden hab, der einigermaßen funktioniert. Und jetzt hab ich einen... Und ich hoffe, es leckt einfach nicht zu doll. Ich hab nämlich schon ein paar schlechtere Erfahrungen damit gemacht. Aber das wird alles schon klappen, hoffe ich mal. Jetzt machen wir erst mal einen Großangriff hier. So, jetzt... So, jetzt... Scheiße. Auf jeden Fall hat er nicht mehr viel Leben. Ich glaub, die Runde geht an uns. Das war ein bisschen einfach. Ja. Was ist denn hier neu? Kleineinladung. Ja, nehmen wir mal an. Wie gesagt, ich nehme alle Kleineinladungen an. Schreib mir erst mal. Hey. Wasab? Ist wer... On? Äh. Ist mir direkt Schreibfehler? Ja, zwei Leute sind online. Mal gucken, ob mir einer anfordert. Wäre ja nice, ne? Mal gucken, was du hier... Fragen, wenn wir mal einen Testen abwollen. Ne, komm. Ich spiel einfach weiter. Ich weiß nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Mal gucken. Keine Ahnung. Oh shit. Oh shit. Ah, das versucht er also. Ne, du. Ne, ne, ne. Diese Abfarmtechnik, ne. Wer kennt sie nicht? Habe ich bei meinem Freund nur schon mal gesehen. Dragon Beer 43. Einfach mal abtesten, Leute. Und ja, das reicht eigentlich jetzt auch schon mit der Werbung heute. Ich verlinke ihn euch natürlich in den Comments. Äh. Ich bin wirklich gerade echt nicht ganz auf der Spur. Ich meine natürlich, ich verlinke ihn euch in der Description. Und ich hasse diesen Gegner, der auch die Riesenraketen nutzt. Was ein Spacken. Ohne Skill hier. Mit Skill ohne Skill geht's weiter. Ey, du bleibst stehen, habe ich gesagt. Dann macht er hier einen Hechtsprung, Alter. Okay, wie gehen wir weiter vor? Ähm. Wir können es gewinnen. Wir müssen es nicht gewinnen. Der ist nicht schlecht. Ja, natürlich. Ich meine, warum nicht? Ich meine, warum nicht? Ja, das haben wir leider verloren, weil ich wieder zu inkompetent war. Auf jeden Fall ein gutes Spiel. Es war ein spannendes Spiel. Gib ich mal einen Daumen hoch. Mal danke. Ja. 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 German erstmal anfragen. Kann doch sein, dass es hier so ein Marokkaner-Klamm ist. Was mich an der Stelle eigentlich auch nicht stören wird. Jo, ich würde sagen, wir machen einfach noch einen Kampf, Leute. Das Video darf natürlich auch nicht zu lang sein. Wie fangen wir jetzt am besten an? Machen wir so. Machen wir mal gleich die hier hinterher, die Barbaren. Obwohl, die Barbaren holen wir jetzt auf die andere Seite. Ne, den Prinzen. Scheiße. Jetzt haben wir erstmal gut Schaden gemacht. Ach, warum haben die alle Ballon? Vorhin im Video mit meinem Cousin, wer es abchecken will, will mein Link in der Description gucken. Ist alles verlinkt. Einfach jeder Gegner hatte einen Ballon und es geht einfach weiter. An meiner Stelle würde ich mir überlegen, nochmal abzusteigen. Wirklich nochmal zu gucken, ob wir nicht noch ein paar Noobs fahren und ein paar Karten erspielen. Denn hier geht es gerade ziemlich bergab, kann auch sein, dass ich heute einfach nur verpeilt bin und gar nichts mehr kann. Ich beende das Video an der Stelle, lasst ein Like da, wenn es gefallen hat, schreibt in die Comments, was ihr sehen wollt. Und das war's von mir und haut raus! Muuuuh!